Grüß Gott, mein Name ist Reinhard Weber. Ich mache bei Open Rallye mit, weil ich meinen Unterricht gerade auf Kompetenzorientierung umstelle. Ich möchte mich vor allem mit anderen Kolleginnen und Kollegen vernetzen, Erfahrungen austauschen, gemeinsam etwas für den Unterricht erstellen und miteinander teilen. Ich freue mich aufs gemeinsame Werken. Bis bald bei Open Rallye.